Hier haben wir das Hotel Park Plaza Spitz, direkt an der Skischa-Bar, genau gegenüber vom Hafen. Jetzt gehen wir einfach mal... Matthias, wie gefällt dir dein Geburtstag, dein 31. hier in Mabea? Ja, mein Geburtstag in Mabea gefällt mir natürlich immer einiges besser wie in Deutschland, da sind die 31 besser zu ertragen. Und? Das Essen, das Trinken, das Hotel? Alles super schön hier wirklich und wir wollen natürlich auch hier eine Currywurst essen, aber wir müssen erst die richtige Bude finden dafür.